Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kiosk-Kanal. Heute mal mit mir, nicht mit dem Pascal, aber keine Sorge, der Pascal kommt gleich, denn wir machen heute mal bei mir zu Hause hier ein kleines Video, denn es geht um das Thema Online-Shop. Ich glaube, wir haben es schon ein-, zweimal angekündigt. Der Kiosk wird natürlich auch einen Online-Shop haben, aber der muss natürlich erstmal eingerichtet werden. Und da gibt es wie bei allem in Deutschland eine Menge zu beachten, vor allem Rechtliches. Und das Ganze mache ich mit dem Pascal heute und er hat mir, glaube ich, was mitgebracht, wenn er dann gleich hoffentlich kommt. Hallo. Moinsen. Alles fit? Alles fit. Sehr schön. Hier rein spaziert. Was geht ab? Wir machen heute Online-Shop. Ja, ich freue mich. Mal gucken, was du vorbereitet hast. Ich bin sehr gespannt. So, wie ihr seht, Pascal hat was mitgebracht und zwar ist das von... Marvin. Das sind seine Versandkartons für seine Kanalmitgliedschaftsboxen. Ah ja, sehr gut. Und die brauchen wir natürlich auch für den Online-Shop. Und da müssen wir mal gucken, ob die Größe so passt, weil wir haben natürlich ein paar Produkte vorbereitet, die da rein müssen. Aber wir schauen uns das einmal ganz kurz an. Wie geht denn das hier? Ah ja. So, so sieht das dann aus. Da ist jetzt der Maren drauf, aber da kommt noch das Kiosk-Logo drauf. Da machen wir den Kiosk drauf. Das sieht richtig gut aus. Das wird hier dann zugeklebt und dann zum Aufreißen, wie man es kennt. Wissen die Leute überhaupt schon, warum Online-Shop und was es da gibt und alles? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir das mal erzählen. Ja, Leute. Also natürlich, wie jeder gute YouTube-Kanal und wie jeder gute Einzelhändler bekommt auch der Kiosk natürlich einen Online-Shop. Und das geht ja heute alles super, super einfach. Und wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, was für Produkte wir da anbieten wollen. Es wird natürlich dann später auch die eine oder andere Besonderheit geben, die ihr auch im Kiosk kaufen könnt. Aber zum Start haben wir uns halt was ganz Besonderes überlegt. Da wird es dann eine Kioskbox geben. Gott sei Dank war die noch leer. Mit was ganz Speziellem drin. Was genau, das verraten wir euch später. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und jetzt müssen wir erstmal die Infrastruktur dafür herstellen, nämlich einen Shop. Mittlerweile geht das wirklich super einfach. Ich glaube, das ist kein offenes Geheimnis mehr, dass du mit Tools wie Shopify und sowas mittlerweile binnen von Tagen, wenn nicht sogar Stunden, wenn du es ganz ambitioniert machst, einen Online-Shop aufbauen kannst. Und das Problem ist tatsächlich nicht, den Online-Shop online zu bekommen. Das Problem ist, ihn rechtssicher online zu kommen. Vor allem in Deutschland. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Ich glaube, wenn du es in Amerika machst, dann ist das gar nicht so super relevant. Ich glaube, da sind die Rechtsgrundlagen gar nicht so strikt wie bei uns. Ja, jedes Land hat natürlich seine eigenen Besonderheiten. Aber speziell in Deutschland, jeder, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, wir haben erstmal natürlich die Cookie-Thematik. Also jedes Mal, wenn ihr auf eine Webseite geht, müsst ihr ja mittlerweile auswählen, ob ihr die zulasst oder ablehnt. Wir brauchen Widerrufsbelehrung, wir brauchen AGBs, wir brauchen rechtssicheres Impressum. Und ganz speziell in Deutschland, seit der sogenannten DSGVO, wir brauchen eine Datenschutzerklärung. Und das alles müssen wir jetzt da mit reinbauen, bevor das Ding online geht. Los geht's. So, wir haben jetzt schon das erste Problem. Was ist denn jetzt hier wieder los? Naja, wir haben das hier schon angelegt und der Testzeitraum ist abgelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal natürlich, es ist natürlich nicht umsonst, ja, einen Plan auswählen. Jetzt haben wir hier eben drei verschiedene Pläne zur Auswahl. Ich habe das ja schon öfter gemacht, ich glaube, der Basic-Plan, da reicht es erstmal völlig aus, oder? Ja, denke ich auch. Weil die paar Statistiken, die du da jetzt mehr hast, ich glaube, die sind für uns am Anfang noch gar nicht so relevant. Jetzt muss ich bezahlen, ne? Jetzt muss Pascal einmal bezahlen, bitte. Wollen wir alle 30 Tage, einmal im Jahr, alle zwei Jahre oder alle drei Jahre zahlen? Wir machen mal alle 30 Tage, weil ich muss mal gucken, ob ich die Firmenkreditkarte heute überhaupt dabei habe. Leute, das ist auch ganz wichtig, das kann ich euch nur empfehlen, holt euch einen Passwortmanager. Ich kenne so viele Menschen da draußen, die ihre Passwörter in einer Notizen-App oder sowas drin haben. Oder im Kopf speichern. Wollen wir die Kreditkartendaten abführen? Ja, bitte. Ich habe aber nichts auf dem Konto, ich habe alles für den Kiosk rausgegeben. Aber die Kreditkartenfirma vielleicht nicht. Aber ich bin ja schlau und hole mir Debitkarten. Also wenn 0 Euro ist, dann ist 0 Euro. Ohne Dispo, ohne nichts. Super, jetzt ist die Kreditkarte hinzugefügt. Jetzt machen wir mal hier, wieso nur 9 US-Dollar? Alle 30 Tage. Das kann ja nicht sein. Nein, geh nochmal zurück. Das ist komisch. Basic Shopify-Shop. Warum habe ich es nicht vorher so gelassen? Jetzt muss ich 20 Euro mehr ausgeben. Was soll denn die Scheiße? So, Plan starten und los geht's. So, wir sind jetzt eingeloggt. Perfekt. Dann können wir uns anschauen, wie das Ganze eventuell aussehen könnte. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was vorbereitet, ne? Ja, wir haben schon ein bisschen rumexperimentiert auf jeden Fall. Ich muss aber dazu sagen, ich habe noch gar nichts gesehen. Dann gucken wir uns, ob das erstmal aussehen könnte. Was hast denn du da gemacht? Du bist ja völlig eskaliert. Das sind alles nur Platzhalterprodukte, weil ich ja irgendwie, ich konnte ja nicht mit einem nackten Shop irgendwie arbeiten. Ja, aber außerhalb von Textilien gibt es ja ein Produkt, da haben wir ja schon ein bisschen drüber philosophiert. Wollen wir das denn schon mal so ein bisschen anteasern? Wenn du in den Kiosk gehst, gerade in Berlin, und einen Kaffee haben willst, dann brauchst du einfach eine geile Kaffeetasse. Ja, und in einem Premium-Kiosk kriegst du halt auch eine richtig geile Kaffeetasse und musst nicht alles aus dem Pappbecher trinken. Ist ja auch mittlerweile Trend, dass du deine eigene Tasse mitbringst oder deinen eigenen Mehrwegbecher sozusagen. Oder du bringst deine eigene Tasse mit oder du kriegst einen Re-Cup, gibt es in größeren Städten, glaube ich, also dieses Fun-System. Aber natürlich, eine geile Kaffeetasse schmeckt der Kaffee einfach besser. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was mit ziemlicher Sicherheit auch seinen Weg in unsere erste Box finden wird, auch exklusiv. Also egal, was für eine Tasse wir jetzt machen, die wird wahrscheinlich in der Form nur in der ersten Box auftauchen und danach nicht mehr zu bekommen werden. Für Leute da draußen zum Beispiel, die viel mit Bau oder sowas zu tun haben, die kennen wahrscheinlich solche Farbfächer, die es auch so in Baumärkten und sowas gibt. Und natürlich hat der Kiosk ein ganz spezielles Türkis. Und das wollen wir ja am Ende des Tages dann auch auf unseren Tassen haben. Und wenn man das haben will, dann kannst du nicht mit jeder Hinterhoffabrik arbeiten, sondern musst dir einen guten Supplier suchen. Und ich erinnere mich daran, als wir das Logo besprochen haben, dass es Leute gab, die gesagt haben, wir sollten mit den Farben aufpassen, weil irgendwann später im Druck könnte das ein Problem werden. Hieß der Typ zufällig Alex Wagner? Nee, es war nicht nur ich. So, jetzt haben wir natürlich schon viel über Tassen geredet, aber wir wollen sie euch natürlich auch mal zeigen. Wir haben jetzt nämlich mal hier drei Entwürfe fertig gemacht. Und ich bin der Meinung, wir machen mal eine kleine Abstimmung. Welche von den drei Designs euch am besten gefallen? Wir packen dann am Ende des Tages noch in die Videobeschreibung einen Link. Da könnt ihr an einer kleinen Umfrage teilnehmen. Und gebt doch einfach mal Feedback, welche Tasse ihr persönlich am besten findet. Das würde uns, glaube ich, auch sehr weiterhelfen. Also schau mal, das sind die Entwürfe, die wir gerade haben. Einmal das Kiosk Blau, natürlich. Das ist genau der Pantone-Wert hier. Und das hier ist, finde ich, etwas, fast schon die exklusivere Variante. Das ist nämlich die gravierte Variante. Also quasi eine weiße Porzellantasse mit dem Kiosk-Logo eingraviert. Ehrlicherweise mein Favorit. Ich finde es auch ganz geil, weil es ist halt eher so ein Insider-Ding. Also wenn du die Tasse im Regal stehen hast, erkennt nicht sofort jeder, dass es eine Kiosk-Tasse ist. Aber wenn du sie dann in der Hand hältst, merkst du, das hat halt auch was Haptisches. Das hat so ein bisschen was Wertiges, wenn das nicht einfach nur flach draufgedruckt ist, sondern so ein bisschen eingraviert ist. Man muss ja am Ende des Tages auch sagen, du kannst ja bei Rossmann und DM, jetzt ohne das schlecht zu reden, ist ja super, da kannst du ja auch so deine eigenen Fototasse machen. Und so eine Gravur ist halt nochmal wirklich was ganz anderes, finde ich. Und das hier könnte wahrscheinlich eher was werden, finde ich persönlich, aber da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, was vielleicht unsere Standard-Tasse im Laden tatsächlich wird. Weil es halt auch eher so im Corporate-Design des Kiosks ist. Und das sieht für mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr nach wirklich Special Edition aus und was Besonderes. Schreibt mal in die Kommentare, welche Variante ihr geiler findet. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Also Leute, ihr habt es gehört. Schaut in die Videobeschreibung, da könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Ich halte jetzt hier auch mal demoweise eine Tasse in der Hand. Die wandert dann natürlich direkt in die Kioskbox, die es dann demnächst erhältlich gibt. Aber weißt du was, Alex? Ist ein bisschen viel Platz noch drin. Was können wir denn da noch reinmachen? Ich glaube, wir machen noch sowas hier. Das habe ich schon auf dem Weihnachten schon. Was ist das denn? Das hier ist eine Flasche von den Troschis. Die passt nämlich auch genau hier rein. Aber wir werden das natürlich jetzt nicht einfach recyceln und Arons Restbestände da reinpacken. Nein, wir werden eine ganz eigene exklusive Mampel der Kiosk Gin Edition haben. Ja, mit einem Limited Edition Logo drauf. Und handschriftlicher Nummerierung. Handschriftlich durchnummeriert. Und auch das ist jetzt nicht irgendeine Merchandise-Klörre, sondern das ist ein richtig guter Berlin Dry Gin. Und wir werden auch, wenn wir die Flaschen abholen, euch nochmal ein bisschen Behind-the-Scenes zeigen, wie das Zeug produziert wird. Dass ihr da auch ein bisschen Eindruck von habt. Also das wird, glaube ich, eine coole Sache. Vor allem für Leute natürlich da draußen, die Gin-Trinker entweder selber sind oder vielleicht Leute, die kennen die Gin ganz cool sind. Wird das, glaube ich, eine coole Sache. Aber du siehst ja, da ist immer noch relativ viel Platz drin, ja? Genau. Da werden wir auf jeden Fall noch mehr reinpacken. Ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Idee, was da noch reinkommt und was es da noch dazu geben wird. Was jetzt auch schon ein paar Mal, ehrlicherweise, sich gewünscht wurde. Und ganz wichtig, wirklich limitiert auf 250 Stück, Leute. Also Leute, ihr habt es gehört, wir haben wirklich großes vor. Wir wollen euch das Kiosk-Erlebnis nach Hause bringen. Und gegebenenfalls fragt ihr euch jetzt natürlich, wann kann ich das bestellen und wann kriege ich die News dazu? Ganz einfach. Alex und ich bauen jetzt auf der Kiosk-Shop-Domain, die findet ihr auch unten in der Beschreibung und einmal auch jetzt hier im Video ganz krass verlinkt, ein Sign-Up für den Newsletter. Da tragt ihr eure E-Mail-Adresse ein und ihr seid dann garantiert die Ersten, die darüber informiert werden, wenn die Kiosk-Box draußen ist. Und wirklich, wir meinen das ernst, es sind 250 Stück. Genau, es wird limitiert und wenn die weg sind, es wird mit Sicherheit mal wieder boxen. Definitiv. Aber es gibt nur einmal die Erste. Es gibt nur einmal die Erste und es gibt garantiert nur einmal die mit dem Inhalt. Und ja, meldet euch gerne unten in der Videobeschreibung auf der Kiosk-Homepage im Newsletter. Oder natürlich Instagram, da wird mit Sicherheit auch relativ schnell kommuniziert. YouTube sowieso, klar. Gut Leute, das war mal unser erster Einblick in unser Online-Shop-Projekt. Und ich denke, das kann für viele sehr interessant sein, die nicht aus Berlin oder Brandenburg kommen und sich trotzdem das Kiosk-Erlebnis nach Hause holen wollen. Also checkt den Link in der Beschreibung aus, dort könnt ihr euch jetzt für den Newsletter anmelden. Und ich weiß, Newsletter klingt immer so altbacken, aber ich sag's euch, ihr kriegt's zuerst mit. Und ich würde sagen, die letzten Worte hast du heute. Ähm, ja, was sagt man? Was sagt die Influencer immer? Liked auf jeden Fall das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Gerade auch die Leute hinter der Kamera vom Kiosk-Team, die jetzt nicht so häufig mit YouTube zu tun haben, sind komplett überwältigt von eurem Support. Auch von den vielen coolen Kommentaren von euch. Also auch da von uns anderen nochmal vielen, vielen Dank. Wir lesen uns wirklich fast alles durch und freuen uns sehr auf diese krasse Unterstützung. Links und rechts kommt ihr noch zu ein paar anderen Videos. Checkt die unbedingt aus. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.